Und ja, heute wollte ich euch einfach mal so ein bisschen ihren neuen Kanal vorstellen, ein bisschen was dazu sagen. Also wenn das ankommt, kommt dann noch eine Folge Battles auf, was wir schon für sie aufgenommen haben. Ja Leute, herzlich willkommen zu Another One Minecraft Survival Games mit dabei, heute I'm So. Hallo. Wir laufen uns gut Richtung East. Ja, genau. Und I'm So kommt vielleicht euch unter dem Greenpeace auch bekannt vor. Und ja, jetzt denkt ihr schon, was ist das für ein Name? Ja, nämlich die I'm So. Ich sag schon absichtlich die. Weil ja, das ist ein Rätsel. Sollte man vielleicht wissen. Wäre vielleicht man, wenn ich es jetzt nicht gesagt hätte, deswegen gar nicht drauf gekommen. Aber man muss ja den Zuschauern sowas schon erzählen. Ähm, ja genau. Und die Aussie hat jetzt einen neuen Kanal gemacht, hat ihren alten Greenpeace gestoßen und jetzt einen neuen gemacht. Und ja, heute wollte ich einfach euch mal so ein bisschen ihren neuen Kanal vorstellen, ein bisschen was dazu sagen. Ja, und mit ihr drüber reden. Und es tut mir leid, dass mein Cursus hässlich in meinem Bildschirm hängt. Ich kann da nichts dafür. Ah, ich hab ein Steinschwert. Ich bin links zu dir und da kommt ein Typ. Da ist ein Typ hinter dir. Ah! Geh weg, geh weg! Ich hab dich geschlagen, was wir sehen. Hast du eine Waffe? Äh, ja eine Steinschwert, wenn du lieber mit dem kämpfst. Hast du einen Bow? Äh, nein, ich hab aber zwei Fälle für dich. Wir haben schon voll O.P. Rüstung eigentlich. Ich bin noch. Äh, da ist einer, da ist einer, da ist es. Oh Gott, da sind sogar zwei. Oh Gott, das ist das mit dem Kira-Team. Oh, schön wie shit, shit. Ah, ist geil. Wir haben jetzt aber nicht so O.P. Wolltest du noch da auch hingehen? Okay, Mann, der hat mir grad gesch... Also, unser Projekt-Def hat mir grad geschrieben. Aber ich hoffe, dass ihr mir jetzt nicht weiterschreibt. Weil ich kann mich jetzt auch nicht auf Beschäftig stellen. Wir haben da auf einer Wartwart, hier ist eine Letters. Die hab ich noch nie gesehen. Okay, gut. Alter, mein Scheiß-Cursor, das fack mich mega ab, ja. Ich will mal sagen, wir kommen dann langsam mal zum Thema, so Kanal vorstellen. Ja, nämlich, hier hat ja einen Kanal, gab Greenpeace. Und ja, keiner... Also, sie war, glaub ich, nicht so ganz mit ihrem Content zufrieden. Ich als Zuschauer war nicht mit dem Content zufrieden. Also, ja, ich will jetzt mal sagen, ohne dich jetzt irgendwie anzugreifen, dass du dir nicht wirklich Mühe gegeben hattest bei den Videos. Und? Ja, genau. Und... Also, wenn das ankommt, kommt dann noch eine Folge Bertus auf, was wir schon für sie aufgenommen haben. Achtung! Ich ging's halt hier hinten. Das ist unser Todesurteil. Ähm... Achtung, links ist einer, links ist einer. Ohne rechts. Rechts ist einer, ne? Ich hab die, äh, rechts ist der eine gehittet. Ich hab keine Angeln, sonst könnte ich dich pusten. Ähm, links sind nochmal viele. Ich glaub, ihr geht jetzt zu seinen Mails. Das sind alles... Oh Gott, das sind vier Stück aus... Äh, oh klar, oh Gott. Gigi. Ja, die gehen auf... Noi, wieder mich kombatet. Einen hab ich, einen hab ich, einen hab ich. Ich hab auch einen. Ich hab auch noch, ich hab nochmal einen. Wie sieht's aus? Wie viel Leben noch? Äh, drei Herze. Habe ich. Komm her, komm her. Ich hab noch relativ viel. Äh, warte, ich kann dir ne Eisenachs geben. Äh, da ist ein Steinschwert da. Ich hab jetzt ne Deerachs. Ich hab lieber Steinschwert. Ja. Ups. Ähm, ihr hast nur ne Deer. Äh, leider nicht, aber ich hab vier Pfeile, weil du hast schon gebrochen. Äh, ich hab nen Trigger fertig, Falsackertschuld. Ich hab schon, ich hab schon. Okay. Ähm, ja. Wir sind total durcheinander, aber wie ihr seht schon, wir haben auch heute mal ein bisschen Action in der Runde. Ähm, ja, nämlich, sie waren nicht mehr zufrieden mit dem Kanal. Also die Zuschauer waren nicht wirklich zufrieden, es kamen keine neuen Zuschauer dazu. Und ja, dann haben wir, hab ich jetzt beschlossen, weil wir, weil wir halt uns echt gut verstehen. Ähm, wir sind halt wirklich täglich im TS und quatschen miteinander. Und haben jetzt halt, hab ich halt gesagt, ja, ich kann dir ein bisschen helfen. Äh, warte, ich kann sie ein bisschen postpimmen. Ich hab 14 Pfeile. Ja, ich bin dann ganz froh. Ähm, und ja, hab mich mit ihr hingesetzt, so ein bisschen an ein Kanal-Konzept gefeilt. Ähm, hab jetzt, ich hab ihr den Banner gemacht, das Profilbild, Eddie hat ihr den Skin gemacht. Den können wir euch jetzt leider nicht im Kampf zeigen. Ähm, ja, wollen wir ihn hinterher? Ähm, ja, schon. Wir müssen noch ein bisschen besser aufs Dach bekommen. Ja, genau. Und, wir haben uns hingesetzt, Kanal-Konzept ausgearbeitet. Es werden sehr regelmäßig Videos bekommen, also, sie versucht alle zwei Tage. Da kommt noch ein zweites Team. Abstand, Abstand. Nein. Ich will auch nicht drehen. Ich will, ich will nicht drehen. Ja, komm, lassen wir die einfach, lassen wir die einfach. Da trägst du Abstaube. Da trägst du Abstaube. Geh weg, nein, 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 nein. Nein, ich kann Abhi ihn auch nicht hütten, weil dann booste ich ihn zu dir. Nein. Wo hast du ne Angel? Mhm, ich hab ein halbes Herz. Oh, shit. Ein Halbherzer. Probier wegzukommen, probier wegzukommen. Ich kann, ich kann ihn gleich hütten. Ja, jetzt hab ich ihn, jetzt hab ich ihn, jetzt hab ich ihn. Nein, er holt mich, er holt mich. Nein, er hat halbes. Ja, ich hab mal gerade abgeholt. Dann respektaten wir dich jetzt einfach. Nein, das ist ja auch nicht so schlimm, wenn wir jetzt die respektaten. War ja ne ordentliche Runde. Dann kann ich jetzt ein bisschen besser drüber labern. Kannst ja wahrscheinlich sogar dir schwer machen, weil ich ja dann dir. Ich probiere mal ein bisschen aufzupassen, dass da keiner kommt. Diese scheiß Cursor, ja. Haben wir uns hingesetzt, ein Skin gemacht. Intro haben wir jetzt noch nicht, möchte ich mich aber auch noch dran setzen. Achso, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Lauf, 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 lauf. Ja, genau, nämlich ein Intro braucht sie noch, wenn da einer von euch, also ich hab unseren Intramacher Christopher jetzt noch nicht gefragt, wenn du das siehst, vielleicht kannst du ihr eins machen. Wär wirklich total nett von dir, weil sie braucht halt noch eins. Und ja, ich möchte super nett von dir. Ähm, an dir. Genau, haben wir jetzt Kanalkonzept ausgearbeitet. Es wird MC kommen, also sie probiert eigentlich mindestens alle zwei Tage. Und ja, es werden vielleicht auch andere Sachen kommen, wie was nochmal alles. Minecraft vielleicht CSS, also Condo Stride oder sowas. Genau. Ähm. Genau, also da könnt ihr euch wirklich auf vieles gefasst machen. Und ja. Sie hat sich jetzt auch nochmal extra dafür, für den Cannabis startet. Sonst hätte ich schon längst mit ihr mal aufgenommen, weil wir hängen schon wirklich seit Wochen zusammen im Test. Ähm, aber sie hat sich jetzt, sie hat sich jetzt halt ihr T-Bone SC440 bestellt. Und ihr merkt auch schon, denke ich, dass die Qualität da jetzt echt nochmal besser ist. Ähm. Ähm, ja. Und sie gibt sich wirklich viel Mühe jetzt bei der Gestaltung. Haben wir sie jetzt auch vorhin extra. Also wir haben jetzt bei der Wettbewerbsrunde noch nicht so viel bearbeitet, weil sie hat sich halt das Camtasia neu gewollt, bevor das hier ein anderes Programm. Und ja. Da muss ich jetzt erstmal noch so ein bisschen reinkommen. Und dann werden die Videos, denke ich, auch echt cool. Und, ähm, jetzt kommt noch für die Leute, die bis zum Ende dranbleiben, kommt jetzt noch eine tolle Sache. Ähm, ehrlich. Ähm, bleib mal ganz kurz stehen und block einmal mit dem Eisenschwert. Nämlich, ihr seht das schon, Hashtag AIM, was ist da los? Nämlich, ihr will, ich hab, wir haben schon angekündigt, ich und Eddie werden bei unserem Projekt nicht gemeinsam im Team sein. Nämlich, ich werde mit Sophie im Team sein und Eddie wird mit jemand anderem sein. Das verrate ich jetzt noch nicht. Ähm, komm, hol sie, hol sie dir, hol sie dir. Wie viel voll bist du? Ähm, mir fehlen drei Herzen. Ähm, mir fehlen drei Herzen. LOL. Das war gerade der komischste Buch, den ich je gesehen habe. Ähm, probier sie jetzt zu bespamern, probier jetzt ein... Okay, gut. Sie haben sich einmal gegenseitig gehettet. Denk ausweichen, denk ans Ausweichen. Jetzt trifft es besser, eigentlich. Jetzt trifft es deutlich besser. Hast du FNs? Nein, 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 aber ich muss... Also. Okay, dann S und dann probier es nochmal am besten irgendwie. Ja, das war falsch, das war falsch, ich schaffst das. Nochmal, noch einmal, noch einmal, boah. Okay, er ist allein, er ist allein, hol ihn dir, hol ihn dir. Ein Herz, ein Herz, ein Herz, ich muss weg. Okay. Achtung, er schießt meinen Bauch. Probier ein bisschen auszuweichen. Ähm, ja. Ja, es werden regelmäßig Videos kommen. Hoffentlich auch coole Videos. Hoffe ich jetzt mal. Sind wir da dran? Ich weiß es nicht. Ja. Nee, also momentan noch nicht. Und ja, beim Projekt werden wir... Wir haben uns echt schon eine halbwegs gute Taktik überlegt. Und ja, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Unser Projekt wird Ende September starten. Und ja, ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr das, wenn euch das freut, dass sie jetzt einen Kanal hat mit, äh, also eigentlich was cooles, dann könnt ihr mal bei ihr vorbeischauen. Da kommt jetzt auch ein Video exakt um dieselbe Zeit wie bei, wie das hier. Also wenn das hier draußen ist, könnt ihr auch bei ihr vorbeischauen. Da kamen ja 100 Badwurst. Ja, 200 Badwurst, die waren relativ cool. Ähm, ja, genau. Also würde uns wirklich freuen, wenn ihr da mal bei ihr vorbeischauen könntet und zumindest mal das heutige Video, das ihr jetzt gerade kam, mit einem Like schützen könntet. Und ja. Wenn es euch gefallen, könnt ihr dann auch ein Abo da lassen, weil das würde ich wirklich ein bisschen unterstützen. Und ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute leben noch. Sieben Stück noch. Okay. Und ich würde gerne andere spawnen. Für die ja schwer zu craften. Aber ich habe keine Bock, ihr das Sward hinzukämpfen. Ja. Also schlecht waren die jetzt. Also, die waren jetzt nicht so gut, aber. Ich fand mich ärgst, dass ich draufgegangen bin. Ich bin halt in den Blättern hängen geblieben. Und die hätte ich nicht probiert, wegzulaufen, sondern hätte einmal draufgehauen, hätte ich nicht gekriegt. Das nervt mich halt gerade. Das ist eine ähnliches Reise wahrscheinlich, wenn ich gehe die zwei Ateams kaufen. Gucken wir mal, ob am Spawn welche sind. Ähm, nee, sieht sogar gar nicht so aus. Nee, hier ist keiner. Nee, ganz gebraucht nicht. So, das ist ja ein Mannswort. Jawohl. Das Beste. Und ihr seht schon vielleicht Textur Pack. Habe ich ja jetzt nicht mehr das Pixel Wolf Default Edit drin zu lassen. Unser eigenes Textur Pack, Hashtag Aim, ist zwar ein Fadeful Edit, aber wie ich finde, ist das echt relativ gelungen. Und ja. Die XP-Leiste hier bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Und wir haben im End of Town auch noch nicht so ganz, aber hier steht, äh, Hashtag Aim, haben wir durchsichtig gemacht. Und auf dem Diamantenschwert steht Strass. Ja. Ich bin ein bisschen am MC-Expert orientiert. Ja. Genau. Vielleicht kannst du jetzt hier ein Staff-Match schaffen. Ja, auf jeden Fall. Nein, es steht ja nur ein Staff-Match, aber ich habe keine Lust, die jetzt vorhanden. Schauen wir mal schnell, ob das ein Team, wie es aussieht mit Teams. Okay, einer ist ganz, ja, das heißt, zwei sind allein und noch ein Team. Also drei allein. Mit dir. Drei allein? Da hinten, glaube ich, war sogar einer, der hat gerade gekämpft. Vielleicht ist der noch ein bisschen low. Äh, nee, warte. Hast du keinen Kompass? War doch schon Kompass. Nein. Ja, kannst du jetzt auch auf Staff-Match abwarten und mal den, äh, Barberwehr-Team, das Team. Ah, da sind zwei. X-Crazy und I-Love-Team. Vielleicht kannst du irgendwie mit einem anderen im Duff-Match teamen und die dann zusammenzustellen, weil alleine wird es natürlich schwierig. Mich sieht es auch noch mit Pfeilen. Ach, zu. Kling. Ich finde das lächerlich, dass die, äh, wenn die im Duff-Match noch teamen würden, oh Gott, schweiz. Ja, geboostet. Schmeiß. Das ist lächerlich, sie haben sich halt erarbeitet, ich bin halt gestorben, war halt dumm. Ich bin halt nicht gestorben, dann hätten wir auch geteamed. Mein scheiß Cursor, der legt mich gerade richtig auf. Also jetzt der Fall solltest du es auf jeden Fall schaffen. Ja. Soll ich es jetzt nicht verzagen? Ähm. Mhm. Komm mir eh nicht mehr noch vor. Okay, bitte in der Groß-Arena, das wäre dein Vorteil. Okay, frag mal den, äh, Typen. Den Alex-Senn-Typ, ob der mit ihr teamen will. Volli, wenn ich nicht, ist klar. Na, der macht das Beste draus. Oh, das ist doch lächerlich. Ich hoffe, ohne Witz, ein Duff-Match noch teamen. Ja, hier stoppt der andere ab. Komm mal, ich will es dem Typen gönnen, dass er sie jetzt absturbt. Jo, der mich jetzt echt noch gewinne. Ja, schade. Aber das ein Duff-Match-Team war echt lächerlich. Ja. Aber naja. Was wir machen, ich finde die Hunde auf jeden Fall cool. Auch wenn es jetzt nicht so komplette Folge meinerseits war, naja, gut, ich habe vier Kills gemacht, dann hätte er fast noch gekriegt. Wie viele Kills hattest du? Ich habe zwei. Wenn es besser sind, aber naja. Ja, war ganz okay, würde ich mal sagen. Es ist ja auch nicht die Überbruchsrunde sein. Wir nehmen das schon wieder kurz vor knapp auf. Ich nehme irgendwie jetzt immer 21, 22, 23, 23 Uhr die Folgen für den nächsten Tag auf. Ja, genau. Und noch eine andere Sache. Wir, also wir haben hier den kleinen Wettbewerbs-Mafia. Und es wird, und wir haben jetzt einen eigenen Kanal dafür. Den verlinke ich euch unten mal in der Beschreibung. Und hier ist auch als Infokarte gerade eben. Wenn ihr am Computer seid, dann seht ihr die. Und könnt ihr ja mal vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Also würde ich mal sagen, haut rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. 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 Ciao.